Es hat sicher ein bisschen unterschiedliche Gründe, warum jeder und jede von uns heute hier ist. Aber gleichzeitig bin ich mir auch ganz sicher, dass es ein paar Dinge gibt, die uns einen. Also da wären zum Beispiel mal die gemeinsamen Grundwerte, die wir letztes Mal in Graz abgestimmt haben. Aber darüber hinaus auch das, was sich in unserem Slogan festlegt, nämlich Klarmachen zum Ändern. Das wissen wir alle. Wir sind heute alle hier, weil wir glauben, dass wir die Gesellschaft und die Politik zum Besseren verändern können. Aber in Klarmachen zum Ändern steckt noch dieses andere Wort drin, nämlich Klarmachen. Und in der Seemannssprache heißt das, irgendwie das Schiff so herzurichten, dass wir wissen, wohin die Reise geht, dass jeder weiß, was er beitragen kann und dass eben alles für die Reise bereit ist. Und in der normalen Sprache ist Klarmachen eben sich etwas vor Augen führen oder sich etwas bewusst werden. Und ich glaube, wir sollten diese Gelegenheit nützen, wo wir alle hier in Klagenfurt zusammengekommen sind, uns ein bisschen vor Augen zu halten, was uns einzigartig macht und was wir gemeinsam erreichen können und wollen und vor allem, warum es dazu genau uns braucht. Wir werden oft als Netzpartei benannt, in den Medien, teilweise nennen wir uns selber so. Und da schwingt immer ein bisschen sowas Abschätziges mit. In der Zeit im Bild wurde mir gesagt, Sie haben doch Ihr halbes Leben vor dem Bildschirm verbracht. Was wissen Sie denn schon, was wollen Sie jetzt in der Politik? Aber ich glaube, dass wir diesen Begriff ganz selbstbewusst für uns selbst zuschreiben sollen. Wir sind eine Netzpartei, weil ohne das Netz würden wir nicht so funktionieren, wie wir das tun. Ohne das Netz hätten wir nicht die gesellschaftlichen Visionen und Ziele, die wir haben. Ohne das Netz gäbe es uns auf diese Weise nicht. Selbstverständlich sind wir nicht eben nur unser Leben lang vor dem Bildschirm, sondern genauso auf der Straße präsent. Und natürlich wollen wir denen, die jetzt noch nicht so den Zugang haben, entweder jetzt zum Netz generell oder zu unseren Themen und Methoden, diesen Zugang geben und ihnen ermöglichen, möglichst schnell und barrierefrei online zu gehen und mitmachen zu können und teilhaben zu können bei uns wie auch generell im gesellschaftlichen Leben. Aber wir sind eine Netzpartei so sehr, dass wir eben die Strukturen aus dem Internet mit übernommen haben. Das Fehlen einer zentralen Stelle, diese Peer-to-Peer-Architektur, wo alle mit allen verknüpft sind, das flache und hierarchiearme und emanzipierende Grundkonzept, das irgendwie die Struktur des Internets ausmacht, das haben wir auch für uns als Partei übernommen. Aber das Internet prägt nicht nur unsere Organisationsstruktur, sondern ganz, ganz stark auch unsere Inhalte. Und das auf zwei ganz wesentliche Weisen. Erstens sind wir die, die auf die ganz konkreten Bedrohungen unserer demokratischen Grundordnung, unserer Bürgerrechte im digitalen Zeitalter eingehen und hinweisen. Wir sind die, die aufstehen und sagen, halt, da verlieren wir gerade Rechte im digitalen Raum, wo aufbleiben niemand sich trauen würde, daran überhaupt nur zu rütteln. Und zweitens haben auch unsere Lösungsansätze mit diesen Technologien zu tun, nur eben diese Technologien in der Hand der Menschen, in der Hand der Bürger, als Ansatz für die Lösungen von unseren gesellschaftlichen Herausforderungen. Also dieselbe Technologie, die unsere Rechte bedroht, ist auch der Schlüssel zu unseren Lösungen. Wenn wir sie uns selber bemächtigen, wenn wir sicherstellen, dass die Verfügungsgewalt darüber in unseren Händen liegt, in den Händen der Bürgerinnen und Bürger. Weil wir sind die, die verstehen, dass das Internet und die digitale Revolution, beziehungsweise unserer Ansicht nach eben deren Missbrauch teilweise durchmächtiger, von Aktern, Vorratsdatenspeicherung, Datenverknüpfung, Rasterfahrendung, Gesichtserkennung und so weiter, dass das unsere Menschenrechte in Gefahr bringt. Und wir haben das Wissen und die Kompetenz, Lösungen vorzuschlagen, die das verhindern können und werden. Das ist jetzt nicht irgendwie abgehobenes und theoretisches Geschwafel, das betrifft tatsächlich heutzutage alle Menschen. Auch wenn es vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben. Wir fordern, dass die Integrität der Person, die in den Menschenrechten festgeschrieben wurde, als Teil der bürgerlichen Revolution, also wir wissen, dass jeder hat Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit und so weiter, dass das auch die digitale Sphäre entfassen muss. Wir sind die Netzpartei, die erkannt hat, dass deine Daten Teil deiner Person sind und daher auch so angesehen werden müssen, als untrennbarer Bestandteil, auf dem man dieselben Rechte hat, die eben da festgeschrieben sind. Außerdem begreifen wir ganz intuitiv die Möglichkeiten, die Vernetzung den Menschen bietet. Die einmaligen Chancen für Empowerment, für Befähigung, für Ermächtigung aller Einzelnen in einem bisher ungeahnten Ausmaß. Also zum Beispiel, dass Information, Wissen, Kunst, dass der gesamte Kulturschatz der Menschheit allen zugänglich gemacht werden kann, ohne dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Dass wir uns im Netz ohne Zugangsbeschränkung bilden können. Dass wir uns quer über den Globus austauschen können innerhalb von Sekunden. Dass wir unsere Meinung publizieren können, egal ob das jemandem passt oder nicht und niemanden da um Erlaubnis fragen müssen. Und theoretisch zumindest, in der Praxis ist das alles natürlich ein bisschen komplizierter, da die gleiche Stimme haben und mit gleich lauter Stimme sprechen können, wie Mächtige und Privilegierte und Reiche und Konzerne und so weiter. Wenn dann tausend Menschen online kollaborieren, um etwas zu schaffen, was unserem Gemeinwohl dient, also Wikipedia, Open Source Software und so weiter, und dafür kein Geld verlangen, dann ist das was ganz Neues. Wenn wir zuvor einfach unmögliche Technologien der Mitbestimmung und der Transparenz in die Politik und die Verwaltung bringen wollen, siehe unser Liquid Democracy Konzept, wie wir uns organisieren und wie wir gemeinsam abstimmen, das geht auf Papier nicht, das ist was Neues. Und diese Sachen, diese Chancen und die Gefahren, die mit Technologie und dem Netz einhergehen, das sind Neuerungen, die die existierenden Parteien einfach noch nicht in ihr Weltbild eingefügt haben. Da sind sie so wie der sprichwörtliche Frosch im Kochtopf, wo das Wasser immer heißer wird und der bekommt es nicht mit, bis es irgendwann zu spät ist. Und deswegen braucht Kärnten, braucht Österreich, braucht Europa, braucht die Welt die Piratenpartei. Und wenn wir eine Internetpartei sind, sind wir auch eine liberale Partei. Denn das Internet ist ein Ort, an dem es so wenig Regeln wie nur möglich gibt. Und zwar als Grundprinzip. Das ist eine zutiefst liberale Haltung, das haben wir aus dem Internet auch mitgebracht. Wir sind in allen und jedem eine liberale Partei, mit allem was das impliziert. Denn selbst wenn wir das bestehende Parteien-Spektrum von links bis rechts, das überholt ansehen, so müssen wir es uns dennoch gefallen lassen, dass man uns in der Öffentlichkeit im Rahmen dieses Spektrums irgendwo ansiedelt, irgendwo klassifiziert und dann müssen wir dort sein, wo die Bürger sind, in der Mitte, mit beiden Händen ausgestreckt, in jede Richtung. Weil es gerade so schön aktuell ist, was wir nicht sind, ist eine Linkspartei 2.0. Da ist gerade in Niedersachsen das schiefgegangen. Was übrigens in Niedersachsen auch noch schön herauskam und hier auch nicht unerwähnt bleiben soll, ist, wir sind eine kleine Truppe, die grundsätzlich in der breiten Öffentlichkeit für zwei Dinge bekannt ist. Erstens, dass wir für ein freies Netz stehen. Das ist uns sozusagen in die DNA eingeschrieben. Das ist gut. Damit können wir arbeiten. Andere Parteien geben viel Geld aus, um sich so ein Markenlimit zu geben von teuren Agenturen. Wir haben das von Haus aus. Und zweitens sind wir bekannt als der Stretaner Haufen. Das müssen wir ändern. Vielleicht nicht ganz, aber zumindest ist das Bild eines streitenden Haufens. Die internen Diskussionen, das Ringen um Strukturen, Positionen und Kompromisse sind das Abbild dessen, wie wir einmal Politik im Großen machen werden. Politik wird immer ein Streiten sein. Das muss so sein. Wir müssen uns aber dabei vor Augen führen, dass wir mit zerstritten sein gar keine Politik zusammenbringen werden. Da werden wir nicht einmal einen Wahlkampf hinkriegen. Dafür werden wir nicht gewählt und dann können wir nichts ändern. Eigentlich steht das ja schon alles im Kodex und im Programm und auf der Website. Aber es hilft sich, die Details von Zeit zu Zeit ins Bewusstsein zu rufen. Wir sind eine basisdemokratische, liberale Bürgerpartei. Christopher hat das teilweise schon erwähnt. Freier Zugang zur Bildung, zur Information, Grundeinkommen, bedingungsloses, absolute Transparenz. Das ist so im Großen das Bild, das wir gerne gezeichnet hätten. Und ich spüre schon den Unmut bei einem oder beim anderen, der jetzt sagt, naja, das ist alles schön und gut, aber wir haben nun einmal Regenzulauf von vielen Leuten, die mitmachen wollen und die bei Weitem nicht diesem Bild entsprechen. Die Piraten sind eine breite Bewegung. Wir freuen uns über jeden, der ein Stück des Weges mit uns mitgeht und unsere Überzeugungen und Werte mit uns trägt. Zumindest ein Stück des Weges. Denn die Auswirkungen unseres Weltbildes, Transparenz, Mitbestimmung, Freiheit, Faltung für alle, das ist schließlich ein leicht verständliches Ziel, das wir mit vielen Menschen teilen können. Und ja, natürlich, die Bewegung, für die unsere, zieht ein breites Protestpotenzial an. Denn wir wären töricht und arrogant, würden wir dieses Potenzial nicht ausnützen. So breit ausschöpfen, wie nur irgend geht. Und selbstverständlich werden wir uns bei jedem Einzelnen bemühen, ihn für unsere Werte und Überzeugungen zu gewinnen und ihm mit unseren Werkzeugen und Umgangsformen für eine digitale Demokratie vertraut zu machen. Das müssen wir tun. Das sind wir jeden, der zu uns kommt und mitmachen will, einfach schuldig. Aber, das ist schon wichtig, am Ende des Tages werden wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen, mit wem wir das nächste Stück Weg gemeinsam gehen und mit wem nicht. Und die Entscheidung wird immer schwer sein und wir werden es dabei niemals allen Recht machen können. So weit der vorprogrammierte Schiedsstand. Und so weit meine Definition oder unsere Definition als ein Pirat sein soll. Ich denke mir, wir haben jetzt einmal zwei Tage Zeit darüber zu diskutieren. Aber wenn wir gerade im Wahlkampf sind und weil in der Theorie eben auch die Praxis steht, hätte ich euch jetzt gern noch etwas mitgegeben. Seit sechs Jahren, seit 2007, kann in Österreich ab dem vollendeten 16. Lebensjahr gewählt werden. Also, geändert hat sich dadurch nicht sehr viel. Mehr als zwei Drittel dieser 16- bis 22-Jährigen gehen noch immer nicht wählen und interessieren sich offenbar Nüsse für die Politik. Und ich sage euch, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Das stimmt deshalb nicht, weil es bisher keine Partei gab, die diese Wähler dort abgeholt hat, wo sie heute sind. Diese Kids wachsen heute auf in einer vernetzten, digitalen Welt, die ihre Eltern schon von der Technologie her gar nicht mal verstehen. In einer Welt, in der sie sich ihre eigenen Kulturtechniken gestalten müssen, denn in der Schule werden die nicht gelehrt. In einer Welt, in der es zwar Ausbildung gibt, aber keine Jobs, wo man zwar ausziehen könnte von zu Hause, aber die Marie hat man nicht das Geld für hat. Und in der Zwischenzeit zerfrisst die Korruption diesen Staat und zerstört damit jegliche Glaubwürdigkeit und alle Institutionen, so dass es sich am Ende nicht mehr lohnt, öffentlich für irgendetwas einzutreten, außer das eigene Interesse. Es droht ein neues Biedermeier. Und mit ihm ein neuer Vormärz. Der wird noch viel repressiver sein als alles, was wir bislang gekannt haben. Das ist der Punkt, an den wir ansetzen müssen. Wir sind die Partei der Jugend. Wir haben als Einzige die vernünftigen Lösungsansätze. Die die Jugend verstehen und mittragen kann. Denn natürlich interessieren sich auch die Jungen für die Dinge, die um sie herum geschehen. Und natürlich haben sie einen Gestaltungswillen an ihrer Umwelt und ihrer Zukunft. Aber nicht mit dem System, das ihnen bislang angeboten wird. Dabei sind diese Kids nicht unsere einzige Teamgruppe. Wir wenden uns in weiterer Folge auch an die, die schon im Leben stehen und bereit sind, Veränderungen mit uns mitzutragen. An die Ein-Personen-Unternehmen, die ich ergehe, die Generation Trainee, die der derzeitigen Gesellschaft keinen oder einen schlechten Platz findet. Aber auch an die, die schon Bereitschaft gezeigt hat, diese Gesellschaft in ihrem Sinn verändern zu wollen. An Jungunternehmer, an Künstler, an Kreative. Und wir wenden uns natürlich auch an die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Initiativen in den Bereichen Netzpolitik und Transparenz, wo Piraten als Partner, Teilnehmer, Multiplikatoren und Moderatoren mitwirken und unsere Ideen in die Gesellschaft hineintragen sollen. Ich weiß schon, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich alter Sack hier stehe und irgendwas von Jugendfasel. Aber als Post-68er sage ich euch, so wie wir damals die Zukunft waren und die Welt verändert haben, will ich jetzt ein kleines bisschen, so seid ihr heute die Zukunft. Und es ist eure Zukunft und ihr müsst sie in die Hand nehmen. Ihr, wir alle gemeinsam. Wir haben das Wissen, die Kompetenz und schlussendlich auch die Macht, das zu tun und unsere Zukunft zu gestalten. Wir müssen uns nur das Recht dazu nehmen. Und zwar bevor es uns genommen wird. Und zum Abschluss auf den Satz, den ich mir auf mein Auto gepickt habe oder gepicken habe lassen. Wenn alle mitmachen, ist es keine Utopie.